Ich habe dir geholfen, alle diese kaiserlichen Wachen zu töten, aber jetzt weiß ich nicht, ob ich dir weiterhelfen soll oder aufhalten. Wie ist das? Schließlich muss man, wie A sagte, B sagen. Aber ich bin ein postmoderner Held, voller Zweifel. Erfahrungsgemäß bin ich ein weißer Mann und keiner weiß mehr, was wir eigentlich tun sollen. Aber ich bin eine Frau und ich weiß genau, was zu tun. Ich kämpfe die ganze Zeit für das Gute, obwohl ich wirklich gemein bin.